jo Freunde was geht ab zu einer neuen Folge von Resident Evil Village und wie Nels vorhin gesagt wir stehen jetzt hier alle selber an und guckt euch mal die karte an ok die ist nicht hallo so und zwar hier und zwar hier so das unter uns das habe ich jetzt auch sie so schön aus dass er ehrlich so alles schön blau und hier da waren wir zwar nicht aber gucke ich das hier an alles blau noch in detaile tiefer sowieso hier die biothek also das hatte ich rot dann die bibliothek hat sich rot ist alles blau blau in hof habe ich blau und ja dann sind wir jetzt hier und ich würde sagen wir haben wir selber was so passiert und wir haben machst du sonst das war schon ich weiß gerade nicht wo die sein könnte vielleicht in diesen zwei räumen wo wir noch gar nicht waren ich glaube aber das ist denn hier noch alles so dunkel ich habe den glockentum war noch rot ne den will ich noch mehr machen die viel ganz gut so er ist ja eh ganz ganz klein da finden wir schon jetzt was was ist die musik eigentlich schon wieder so üppig wir haben ja schon alles okay ja dann können wir wieder runter gehen dann haben wir ja alles schon auf dem dach gemacht okay irgendwann wieder rauskommt ist ein schloss meines villager aber diese musik was sie gleich irgendwas damit zurückgehen 100 prozent hallo was ist hier nun oh den auszug fahren der kommt ja gerade hoch ich bin jetzt hier runter ja gut danke dafür ja wir fahren denn jetzt ist drauf und legt nur einmal in mann und unterschiedlich geiler da ist safe jemand ok nicht im tuk dann kriegst du mich nicht mich unbesiegler mein lieb ein treuer kunde war es konnte ich meinen es gleich weiter 3 3 dass du mir sowas überhaupt anbietest wenn du wieder etwas von wert findest wie wir euch beim geld wird man lieber nicht das ist ausverkauft man können nicht mal holen ein interessanter war das war ja alles einfach heißt was kostet denn die schwarze 10 ich bin ein ok da brauchst du denn noch ein dietrich haben wir noch irgendwas sonst hier wird jetzt hin müssen eigentlich jetzt die maske sein hier eigentlich noch rot kellergewälde oh mein gott also ich nehme noch was machst du denn da ich habe hier hinten das netz wir haben ja nichts mehr hier halt noch da müssen das ist das ja eigentlich schon gesagt meine liebe ja jetzt war es wieder so viel verloren ich habe alles gelernt wo ist das hier kommt die müssen hier lang sondern die andere seite gehen online das auch die schwester wir müssen hier durch ich habe noch fast gar nicht nur auch mal ein schlüssel nice der passt sehr sehr wichtig was wir haben alle basken hier kommt hier nicht rein mein gott ein halben weg wir haben alle basken noch nicht alles das ist ja mit der musik schon wieder los silber regen nicht alles da oben jetzt aber alles ich bin ja drauf in kammer muss kurz was abhören sprachnachricht ich war besorgt meine schwester hätten dich bereits und nein kein guter ha hallo ja weiß nicht wieder lecker Oh Gott, wo ist die Scheiße? Oh, du gibst mich auf den Sack, du bist zu schlimmer als deine Mutter. Oh Gott, du bist zu schlimmer als deine Mutter. Alter, ich sag's euch. Du hast die Jagd verdorben. Mein Körper. Ja, mein Körper, Junge. Wo? Nein, unmöglich! Du bist tot! Wir sind ja gleich wieder tot. Oh, ich, ich merke schon, ich bin wieder tot. Scheiße. Das ist die letzte Schwester. Die werden wir auch elendig umbringen. Warum? Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur mir! Tschüss! Franke Hexe! Absolut! Du weißt eigentlich zurückgehen? Mein Gott, was ein Kampf! Was ist das? Der Controller. Du machst so komische Geräusche. Okay. Okay, aber irgendwas? Wir haben noch rot. Gott. Okay. Da haben wir noch was. Jagd. Okay. Okay, wie sollen wir jetzt hier rausgehen? Achso, hier. Hier wieder. Okay. Wir haben Dietrich, ne? Die will ich auf jeden Fall noch benutzen. Bevor ich die Maske eingesetzt. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge erst. Mit den Masken. Ich muss vielleicht zum Friseur mal. Scheiße! Ich hab das vollkommen vergessen, deswegen. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Die Tür ist auch weg. Also abgeschlossen. Ähm. Farsch wie es aber mir geil ist. Wir sind ja erst bei der Hälfte. Ah, nicht mal bei der Hälfte. Ich hab so lange. Hey, ich hab hier durchkommen. Du musst auch die Maske rein tun, ne? Die brauchen wir doch. Ich hab die Maske gebraucht, mir aber auch nicht. .: Ja, die brauchen wir. Ich hab hier. Wir müssen die Maske rein tun, ne? Hä? wenn ich mir jetzt irgendwie drauf platzieren diese diese trofee aber nicht Das ist so. A ver, mir das. Oh, wir haben uns die Branche. ja wie das machst du hier drauf platzieren und mich hintergehen also noch mal hier irgendwie raus wir aussprechen überliebt sowieso alles war keine ahnung so dumm gemacht sind wir darauf jetzt kommen so ist um dies egal jetzt kann nicht so verwendet werden ja aber ich würde sagen wir gehen einfach erst mal ohne der maske warum man nicht haben wir jetzt eigentlich alles was haben wir hier noch rot alles jetzt wollen wir noch gar nichts damit noch was noch gar nicht waren gemächer aber ich komme da hin na ja dann haben wir den kopf da gelassen ich habe gar nicht anders oder ich runter so ok Oh mein Gott Wie denn schon wieder hier Die ist auch echt überall Die zukünftigen Erbenen des Hauses Dimitrescu vernichtet von einem wie dir Oh, ich bin doch besonders nicht meine Liebe Lass mich mal da durch Danke So, die Schwester kann jetzt nicht mehr auftauchen, hoffe ich Die 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 Ah, da kommst du rum. Okay, ich speichel nochmal. Ein ehrlicher, fairer Tausch. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ich glaube, man muss aber zu ihr Vermächtnis, glaube ich. Das ist das Einzige, was wir noch nicht erkundet haben. Oh, war es denn nochmal? Lass uns mal kurz mal schauen. Hier auf jeden Fall nicht. Da. Wie soll man da reinkommen? Vielleicht ja vom Innenhof. Okay. Hier soll man hochgehen gern. Geh hoch. Oh, man. Die zukünftigen Erbenen des Hauses, die Mitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ich hole sie auch. Oh, ne, war gut. Wir müssen unten durch. Oh, oh. Ah! Hier weg, Mann! Hier mag ich. In deinem Gemächtnis. Du alle. Okay, warte gut. Wir sind nach unten rechts. Bleib mir vom Leib, du alle. toller gut jetzt oben richtig dass das schritte ich doch durch sind jetzt recht hier rein die wagen hotel doch hier sind wir richtig lippenstift und die von da weiß auch wo wir sind scheiß alter scheiße ist sagt ja stark leistung jetzt und ich will die treppe die kommt ja ne ist unten durchgegangen ne ist unten durchgegangen oh gott zum glück ist sie gar nicht mal so schnell wie die schwestern die schwestern waren mega schnell okay diese deck ne okay die frage wir brauchen wir den lippenstift ich muss irgendwas mit der maske zu tun haben oder aber das machen wir erst in der nächsten folge leute bis dahin habt einen schönen tag und haut rein adios